hey freunde die welten ich habe mir da kein talk hier vorbereitet wir sind natürlich hier auf was geht hier ab als meiden wir sind natürlich hier auf lasergurken land dem kostenlos bespielbaren anachie minecraft vanilla server immer auf der neuesten version ohne noob admins die herumlaufen und mit lang erwartete abteilen das aber wird von mir gehostet das ist wie immer hier nur ein werbevideo er muss sich mal dauer werbesendung hin klatschen oder naja also ist nicht mal ein google mitarbeiter dieses video anschauen also von daher kann ich hier machen was ich will das es auf jeden fall eine dauer werbesendung und kein let's play oder so es ist eine dauer werbesendung ja genau lasergurken land ip 19 19 21 27 19 22 27 24 ja genau wird wahrscheinlich auf diese ip noch in den nächsten jahren planmäßig erreichbar sein ja genau und wir pumpen heute ja das klingt doch cool banks and enterprise s society in a mr. robot reference wonderful also via pump defcon 25 jason street strategies on securing your banks and enterprises let's go what really my attention jason street his name is how to protect your banks and enterprises a talk by someone who robs banks and enterprises nice so uh i like to start these kind of talks with a uh a legal disclaimer i'm not a lawyer but i played one on the internet and uh this is it i'm adorable okay i will not try to steal from you kill you or ruin you financially unless you pay me first there's always a contract so when i talk about some really horrible things and in some of these versions of this talk every talk i've done this year has been different it's like but every version has one thing in common it's really really evil so das klingt auch nice just remember the kittens i'm adorable i i'm not a bad guy i'm just really good at playing one you know for good reasons so the key thing about this talk